Meine Damen und Herren, die Kurhessenbahn begrüßt Sie in der Linie RB97 nach Marburg über Willingen, Korbach Hauptbahnhof und Trankenberg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. In unserem Zuge gilt die Regel 3G. Bitte führen Sie einen gültigen 3G-Nachweisbett. Beachten Sie die gesetzlichen Regelungen zur Maskenflüchter in unseren Flügen und an den Bahnhöfen. Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske. Nächste Station, Brielauwald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020